Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Kaffeepadmaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeepadmaschine-Test geht an die Philips HD 7865. Die Senseo Quadrante Kaffeepadmaschine macht jeden Kaffeemoment zu etwas Besonderem. Köstlicher Kaffee jetzt mit einem noch intensiveren Geschmack dank der Senseo Kaffee Boost Technologie. Senseo Kaffee Boost holt das Beste aus ihrem Pad heraus. Die 45 Aromadüsen sorgen für eine feinmaschige Verteilung des Wassers über das gesamte Pad. So wird der volle Geschmack aus jedem Gramm Kaffee extrahiert. Die Senseo Quadrante zeichnet sich durch einen extra großen Wassertank aus. Er fasst ein Volumen von 1,2 Litern. Durch die seitliche Positionierung lässt sich der Wassertank besonders leicht befüllen. Die feine Senseo Kaffeeauswahl und das einzigartige Senseo Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee. Genießen Sie mit der Senseo Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Senseo Kaffees in weniger als einer Minute. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Philips HD 6554. Mit der neuen Senseo Original, der meistverkauften Senseo Kaffeemaschine, erleben Sie jetzt einen noch intensiveren Kaffeegeschmack. Das neue, einzigartige Senseo Crema Plus System garantiert jetzt eine noch dichtere, goldbraune und feinporige Crema bei jedem einzelnen Kaffee. Mit der ebenfalls neuen Kaffee-Stärke-Einstellung bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffee-Stärke und Geschmacksintensität zu. Die 45 Aroma-Düsen der Kaffee-Boost-Technologie sorgen für eine feinmaschige Verteilung des Wassers über das gesamte Pad und holt damit das Beste aus Ihrem Pad heraus, ob für eins oder zwei Tassen gleichzeitig. Jede Tasse wird frisch gebrüht, sodass Ihr Kaffee stets ein ausgewogenes und volles Aroma entfalten kann. Das neue, einzigartige Senseo Crema System Crema Plus garantiert jetzt eine noch dichtere, goldbraune und feinporige Crema bei jedem einzelnen Kaffee. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffee-Pad-Maschine-Test ist die Tassimo Happy. Jeder in deiner Familie und deinem Freundeskreis hat einen anderen Geschmack. Mit Tassimo triffst du bestimmt jeden davon, denn es stehen mehr als 70 Getränke-Spezialitäten von namhaften Marken wie Jakobs, Milka, Lohr oder Costa zur Auswahl. Einfache Zubereitung. Perfekter Genuss. Jedes Mal. Genieße dein Heißgetränk immer perfekt zubereitet. Dank der INTELLI Brew-Technologie liest die Maschine den Barcode auf jeder T-Disc aus und wählt dann automatisch die richtige Wassermenge, Temperatur und Brühzeit für die optimale Getränke-Zubereitung. Dein Lieblingsgetränk per Fingertipp. Dank des praktischen One-Touch-Betriebs ist die Zubereitung von Heißgetränken extrem einfach, denn die Tassimo erledigt alles ganz automatisch. Lege einfach die T-Disc ein, und schon wird dein Getränk für dich zubereitet. So einfach geht Genuss, ob Cappuccino, Espresso oder heiße Schokolade. Das Einzelportionssystem von Tassimo ist perfekt, wenn du schnell eine Tasse Kaffee oder ein anderes Heißgetränk zubereiten möchtest. Wähle aus zahlreichen Lieblingsgetränken und genieße eine schnelle und saubere Zubereitung von hoher Qualität. Nutze deine Lieblingsstasse, egal welche Größe. All deine Tassen passen in die Tassimo Happy. Das flexible Tassenpodest ist höhenverstellbar und kann auch ganz entnommen werden, genug Platz für alle Tassen und Gläser. Senke deinen Energieverbrauch auf einfache Weise. Der Standby-Modus wird direkt nach dem Brühvorgang aktiviert, um den Energieverbrauch niedrig zu halten. So kannst du ganz nebenbei Energie sparen. Verschwende nicht deine Zeit mit der Reinigung deiner Kapselmaschine. Die Tassimo enthält eine Service T-Disc mit Automatikprogrammen für Entkalkung und Reinigung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.